Auto-Enchanter haben wir auch Enchantment, ähm, da haben wir das Ding doch Ich wundere, wenn's jetzt knallt, ich weiß nicht ob mir irgendwas explodiert Enchanter? Nicht wundern, das knallt jetzt alle 40 Sekunden Okay Ist TNT-Generator Ja, Flash Wir haben Sound-Muffler irgendwo liegen Egal Nicht egal Jetzt, weißt du, wir haben keinen Strom Meckern wir rum Wir haben keinen Amade, wir sind rumgemeckert Jetzt mach ich Strom, jetzt wird auch rumgemeckert Mach zu den Scheiß alleine Halt die Fresse, Arschloch Ja, aber das nervt, echt Ja, da kann ich da nix für Warte mal Ich baue den Sound-Muffler, bestimmt das nicht Wir hatten hier auch irgendwo einen Keine Ahnung Ist doch eh gleich zu Ende Musst du da noch rein? Wo? Die Dimension? Die Dimension? Ach, nö Kannst nicht man Ist mir grad egal Wir haben da irgendwie nämlich keinen Sound-Send Äh, war's eigentlich immer geschisselt oder so? Vanilla meine Vanilla meine Nein, verdammt, ich hab die sortiert Kacke Ja, geschüttelt schon Aber ich bin am Mann, da war auch noch letztens was Aber ich bin am Mann, da war auch noch letztens was Aber ich bin am Mann, da war auch noch letztens was Einer Ich reg mich grad echt auf deswegen Was, ich hör nix Na, du mich auch Du rumgemeckert Dann kann man dem das nicht recht machen Halt die Fresse Halt die Fresse Er hat doch schon auch gehört wieder Trotzdem nervös Oh, da kommt wieder Was, ich grad Oh, ist alles voll Deswegen knallt das nicht so häufig Oh, da kommt wieder einer Oh, da kommt wieder einer Kea Ja, da ist er schon wieder Mensch Kannst mich mal Ah, knallt er gleich nochmal? Du müsst gleich nochmal knallen Ach, da geht er, da ist er doch schon wieder Der rastet aber aus hier Oh Das wird noch ein bisschen lange dauern Brauch ich schon mal ein Zaubmaft Wo steht denn Steht der denn, unten? Unten? Ja sicher Wo? Da hinten in der Ecke Oh, das ganze Knall Zu'n Knuller So, besser Ich hör nix Mann Geheimlich wegspawn Soundmuffler ist ja auch ne Soundmuffler ist auch nicht teuer Das ist voll geil Hast du will, dass es auf die Nerven geht? Sooo Boi Ey, das war doch immer gut Ey, warte mal, was braucht ich? Iron Coal Dust und Obsidian Bricks So, Questbu, was hast du denn für mich heute zu machen? Was kann ich denn erstmal schonmal erledigen für dich? 4 Stunden Ich mach den Seed Infuser 4 Stück brauche ich sogar dafür Warte mal, konnte doch Search mit Mh, Enchant Oh, wir brauchen 2 Diamanten Oh, haben wir sogar Ciao Ach ne, wir haben auch welche Bestes erledigt Und jetzt Jetzt? Hä? Power Powersoil Ich check den Mod nicht, ne? Ich werde den nachher nicht checken Powersoil Den Da jetzt Oh, wir brauchen Eisen Die Bahn hat er natürlich da hinten drin gelassen Ich glaube, ich hab ihn natürlich da hinten drin gelassen Ich glaube, ich hab ihn natürlich da hinten drin gelassen Oh, darfst ja auch mal was tun Geht's ihm ein, hast du die Leit reingepackt? Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Sollte man vielleicht mal Knäten anmachen Ich wird da hinten drin gelassen Ich hab ihn noch nicht Es wird auch schon da hinten drin gelassen Aber ich muss ihn ihn noch nicht ich hab ihn noch nicht als jetzt Entwischen Das ist es Das ist eine Callblöcke zombie zombie wir können mal die kreis mit dem der tool forgespauen da für die double layer capicator ne brauchst du i win oxid was weißt du was das teuer ist aber ich habe vorher schon gesagt weil du die für die große bank aus für die fünf millionen ja das habe ich nicht mitgekommen ganz das haben das war gestern ja ist mir doch egal aber ist auch verdammt teuer ja man kommt wieder nur die helfe mieter wie immer so wie du doch vorgibt mir das echt auf den sack mit so einem hammer ich will so einen richtig fetten hammer haben ja hast du noch mal im kopf torium brauche ich jetzt so iron schmelzen iron oh ja da haben wir doch noch welche von nö ja sie waren doch hinten noch drinnen zwei stück reichen aber nicht sorry ja was willst du denn noch bauen lass sie mal schnell durchjagen was willst du denn machen ist doch egal jetzt kannst du ausnehmen dark steel du willst keine fünf millionen bauen nein das ist viel zu teuer komm schon ich brauch eisen ding hau rein oh wir hatten auch irgendwo abgehört argument argument hast du das nicht argument doch eigentlich schon ja die werden im englischen argument einfach nur geschrieben aber ich glaube das sind keine upgrades die wir haben klar ja haben wir speed upgrades ja wir machen irgendwie das jetzt selber so wenn ihr das ist output level warte mal was denn das ja so ja wissen wir mal das speed up kurz machen ich glaube die sind genauso teuer schön warum hast du powerwise eisen wenn wir das haben hä nein ich will wohl eisen haben ich tue das ich mach das also ich hab das in pulver reingeschwitzt damit ich das zeug raus bekomme ja und ich hab mir ich brauch grad eisen eigentlich nur zwei stück ich hab grad zum schmelzen reingestand du vogel also brauch auch nicht wirklich viel wir hören uns immer drum streiten nicht nur mal oder immer erst musst du das schmelzen dann musst du das schmelzen immer müssen wir dein schmelzen ich bin froh dass das ME System läuft blubbidi blubblubblub flash ja ehhhh das ist kein ME System das ist ein Oh, nächstes Buch Sag nicht, du hast eben alle Dias rausgenommen Ja, einer müsste da drinnen sein Einer, ja, schön Ich hab dir gesagt, wie viele Dias wir noch haben Ja, wir haben doch Alles klar Wir hatten eigentlich nicht so wenig Ich hab nur Warum hast du die Welt denn wieder reingetan? Weil ich die Lorien brauch Ja, ich wechsle mal ganz kurz Ich brauch ein Dias noch Ja, da unten ist doch Dias Du brauchst in der Suche Ja, da unten ist Dias In der anderen Welt hab ich sofort Dias Ach, nitsche Ong Ich werde deinem Quag auch noch Streusel haben Hey, Hammer Ist hier jetzt ein Hammer gebaut Kann ich vielleicht bauen Neatherwack Jetzt wollen wir noch zwei Tintel Und zwei Pattern, hören wir noch welche Pattern, ne? Oh, ich weiß, wo die beiden Plates sind Hehehehehehe Bam Freu dich, also Ah, die Welt ist doch nicht Ah, scheiße Hm? Biohazard Welt ist nicht drinnen Biosphäre 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 Brauchst du die Biosphäre? Ja Da unten ist wohl die Kiste drinnen Wo die Sachen drinnen sind Die ich brauche jetzt Ich mach die rein Ja, dann kommst du rein Der noch nachpumpt hier Der muss jetzt, sagen wir, eben alles rauspumpen hier, was in den Kisten drin ist Dann war ich das eben unten Oh, mir fehlt eine So, ja Stimmt Fuck, haben wir noch Tinte? Ja Glaube nicht Ne, ne? Oh, Gott, 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 Gott Hehehe, schön Wachen wir nicht Hab ich den Terry umsonst gebaut Oh, scheiße mal ein bisschen den Reaktor an Die ist jetzt wohl müde Das ist aber eine Frechheit Ne 19 Endertanks haben wir 19 Endertanks haben wir 19 Endertanks haben wir Yes Ah Lauf Läuft hier die Maschinen Verlust Endertanks Bei der Jetzt da Hau ich nämlich schon mal die Schmelz gleich auf Kein Zeug davon, kein Tisch Also Schwerter oder irgendeine andere Katsche auf jeden Fall Was sagt denn das Lügenbuch dazu, ob wir irgendwo eine Quest dafür haben noch? Ach, everything is smeltering Funk, ein Drain, ein Controller Brauchst du die Biosphäre noch? Ne, erstmal nicht Ich bin ein Drain, ein Drain, ein Drain, ein Drain Haben wir abgeschlossen? Jo, Quest ist abgeschlossen Ja Smeltwee, Smeltwee, wo haben wir denn Platz eigentlich dafür? Gemlabor will ich jetzt nicht reinpacken Ist da das Nether drin? Ne, ist nicht das Nether Die komische Platschbild Wenn man so gern stirbst drin Da bin ich nicht gestorben Doch einmal, ja, aber zu Anfang Ja, wo packen wir da rein in die Reaktion? Ne, oder komm, wir packen sie oben hin Maltiri Äpfel haben wir keine, ne? Kannst du ja nämlich dich ein bisschen mit Alchemie aus tun, kannst du zischten Dauert nur Mh, dauert nur Wer hat mit dem Mod auseinandersitzen? Äh, na Hehehe Warte grad geil aus So ein schöner Mod Oh, hier erstmal noch Obsidian Deswegen hab ich das Ding aufgemacht, weil unten ja Lava ist Okay, füllt aber die Dinge jetzt richtig schön voll, die Fellen wieder hier Hm Tididididun Autsch Ähm Ähm Kannst du die Fest mit dem Abschließen, bitte Mit der Smeltery Den Tischkrieger Mit dem E reinwerfen Haben wir keine Facken mehr? Ja, such einfach nach Torch Ja, 46 Stück sind da noch drunter Musst du eine Torch eingeben Fackle Ups Ne, ne Ich hab die eben nur übersehen gehabt Deswegen Äh Ich hab grad noch ein paar zu beenden Alumite Okay Mal, 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 mal Hast du noch nicht abgeschossen? Hä? Ja, du hast die Quest dann nicht abgeschossen Hab ich Kuchen hält auch nicht lange an Nö Kuchen halt Schmaß grad hier alles rein Ja Weiter sind mich Bombs Creatorwerk Mal gucken was ich drin hab Ein Flux Ein Flux Pearl Und Quantum Ethnagical Singulari Okay Auch Applied in Majestics Hm B Hä, da müssen wir aus jeder O- tahu Was denn? Brauchen Steine Din Brauchen aus jeder Holzform Brauchen wir doch eine Steinform El Müssen wir doch in Gold gießen Ach ja Da war ja was Da erstmal ne kleine Snelltree aufbauen Leuchtet? Leuchtet, nice Da war einmal rein So, dann fang ich mal damit an